Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zur schon dritten Folge Movie Review. Und ja, ich freue mich, dass die Folgen immer so gut ankommen und dass ich sie auch drehen kann, weil es sehr oft so mal geht, es gibt manchmal so eine Jahreszeit, da geht man ganz, ganz oft ins Kino, beziehungsweise Monate, weil da ganz, ganz viele coole Filme laufen oder auch nicht. Deswegen ist ja Movie Review da, damit ich euch sagen kann, wie die Filme sind und ob sie sich lohnen anzugucken. Und ja, das Monat April war sehr, sehr kinolastig, würde ich jetzt mal sagen. Und da sind wir einige Male ins Kino gegangen und heute ist die Movie Review zu The Amazing Spider-Man 2. Ich glaube nicht, dass ihr eine Einblendung gesehen habt, denn, ähm, denn, was wollte ich denn jetzt nochmal sagen? Moment, das muss ich jetzt ganz kurz hier ein bisschen kleiner machen. Hm, macht das nicht? Hm, geht das nicht? Hm, ja, auf jeden Fall, ähm, The Amazing Spider-Man 2, wir haben es am Premieren Tag gesehen, also am 17. war das. Oh, ich nehme das Video hier auf, ähm, Moment schen, ähm, am 21. Es ist sich einfach nicht ausgegangen, ähm, weil wir gleich am 18. hierher gefahren sind und am 16. war dort die Vorpremiere und am 17. eben die Premiere. Wir haben es in IMAX 3D gesehen, das steht für bessere Audioqualität, bessere Schnittqualität, bessere Soundqualität und bessere Bildqualität. Und ich muss sagen, ich war dermaßen begeistert von dem Film, aber erst mal um was es ging. Ähm, also natürlich sind hier wieder die erstandenen Schauspieler wie beim Amazing 1, der Andrew Garfield als Spider-Man, die Emma Stone als die Freundin von ihm, die Gwen Stacy, ähm, der Jamie Foxx hat, da war das erste Mal dabei, der hat den Elektro gespielt, den Hauptgegner, dann den Dane D. Han, denke ich so, dass der so ausgesprochen wird, der hat den grünen Kobold gespielt, beziehungsweise den Harry Osborn, dann, ähm, den Campbell Scott, ähm, das ist der Richard Parker, das ist, glaube ich, der Vater von, von ihm und, Moment, wer ist denn hier noch, ähm, hat noch eine große, genau, die Amber Davids, die Mary Parker, ich glaube, das war auch, Ich glaube, die Mary Parker, ähm, ist die Mutter, ja, ich glaube, das ist die Mutter. Auf jeden Fall, ähm, muss ich sagen, ich war wieder dermaßen begeistert vom Film und ich erzähle euch jetzt ganz kurz, um was es ging. Also im letzten Teil, bla bla, gab es ja den Kampf mit der Echse und dann am Ende war es so, ähm, der Vater von seinen, äh, von Spider-Mans Freundin ist gestorben und der, und, ähm, Peter musste ihm dann noch versprechen, ja, halt dich von ihr fern, damit ihr nichts passiert bei den ganzen Einsätzen, was er immer so macht und das hat er ihm dann versprochen und im zweiten Teil ist es so, ähm, sie möchte mit ihm zusammen sein und sagt dann so, ja, bla bla bla, ähm, es ist mir egal, was, ähm, der Vater sagt und, ähm, aber der Peter ist nicht immer so unschlüssig, weil er sieht ihn immer in den Visionen und denkt sich so, er hat dann auch ein schlechtes Gewissen, weil er es ihm einfach versprochen hat und, ähm, ja, dann ist es immer so ein Hin und Her und dann, ähm, ja, aber irgendwie können sie trotzdem nicht voneinander weg und sind dann irgendwie immer wieder noch beisammen, was man auch in den Trailern ganz gut erkennen kann, also ist das kein Spoiler. Ähm, ähm, macht bitte ein bisschen leise, das hört man. Ähm, ähm, hm, ja, was kann ich sagen ohne zu spoilern? Also ich kann euch eins sagen, es werden drei Gegner kommen, die auch schon in den Trailern vorausgesagt wurden, der Elektro, der grüne Kobold und der Rhino und ich fand das ehrlich gesagt richtig, richtig cool, dass nicht ein ewig langer Gegner die ganze Serie über gegen ihn gekämpft wurde, dann rennt der wieder weg und drrrrt und so weiter, sondern da gab es wirklich Action-Maction, richtig coole Effekte, richtig coolen Kampf, sehr viel Eko-Perspektive, wie er sich zum Beispiel durch die Stadt geschwungen hat und so weiter, fand ich richtig, richtig cool. Ähm, was ich, ähm, eben sehr cool fand, eben, dass mehrere Gegner waren, die nicht extremst lange waren, weil ich finde das ein bisschen dumm, ein Gegner für einen Film, den ganzen Film über ein bisschen zu viel des Guten. Ja, genau. Und ja, also eins kann ich euch sagen, Leute, wenn ihr ins Kino geht, dann, ähm, werdet ihr, also auf jeden Fall werdet ihr mit, was überrascht werden, mit dem ihr wahrscheinlich gar nicht gerechnet habt, also informiert euch nicht im Internet, was passieren könnte im Film, denn, das ist was, wo ich ins Kino gegangen bin, wenn ich so da saß. Naja, eigentlich saß ich nicht da, eigentlich habe ich gelacht, ähm, weil die Szene ist eigentlich nicht lustig, aber ich musste irgendwie die ganze Zeit lachen, weil das so lustig aussah, ähm, aber die Szene, aber mit der Szene rechnet man einfach nicht und, ja, also seid offenbar alles, wenn ihr in den Film geht und versteift euch nicht auf Personen, die ihr vielleicht ganz gerne habt. So, genug davon, sonst verrede ich mich auch noch und dann kommt ein großer Spoiler-Alarm. Ähm, auf jeden Fall bekommt der Film von mir sicherlich von 10 Sternen, 10 Sterne, das war einfach, der hat sogar nochmal Captain America übertroffen, der war, der, ich finde es immer so, bei Filmen, wo ein zweiter Teil rauskommt, finde ich, ist es ein bisschen schwer, ähm, den ersten Teil zu übertreffen. Da, finde ich aber, haben sie den ersten Teil sowas von in den Schatten gestellt, weil der zweite Teil war einfach so mit den, mit diesen Effekten, wenn man sich denkt, was sich in zwei Jahren alles ändern kann, ja, der Film war jetzt zwei Jahre, nachdem der erste Teil draußen war, in den Kinos und ich muss sagen, wow, wow, also richtig geil, ich habe den ersten auch im Kino gesehen und war dann noch nicht so begeistert wie, also ich war natürlich auch so, wow, voll hin und weg und ich fand auch die neuen Schauspieler besser, aber, ähm, dass der zweite Teil jetzt so reinhaut, also richtig geil, guckt ihn euch an, weil ihr werdet sicherlich in den zweieinhalb Stunden keine Langeweile verspüren, also das verspreche ich euch. Ähm, ja, das Kostüm, er hat sich auch geändert, ich finde das ja gut, wenn sie so ein bisschen Abwechslung bringen, am Anfang fand ich das von The Amazing Spider-Man 1, ja, so toll und ich wollte eigentlich nicht mehr, dass das im zweiten, äh, ich wollte eigentlich auch, dass das wieder im zweiten Teil ist, da kam dann aber wieder das so zurück zu dem alten, nur dass die Augen ein bisschen runder waren, das fand ich aber ehrlich gesagt gar nicht schlimm, weil man gewöhnt sich dann, ich finde es jetzt eigentlich sogar besser. Ja. Äh, ähm, ja, und das wird nur ganz schön, also da kommen echt sehr, sehr spannende Szenen, ähm, eben eine Sache passiert, mit der hätte wahrscheinlich niemand gerechnet, ähm, aber ich möchte jetzt nichts sagen, weil sonst, ihr wisst schon, Lobetron gibt es wieder ein bisschen auf die Fresse. Der 3D-Effekt war meiner Meinung nach super gut, also die haben richtig, ähm, solche, auch solche Zeitlupen-Sachen eingefügt, wo alle Leute einfach mal so da gestanden sind, und dann ist die Kamera so 360 Grad um die Person gefahren und ich fand das einfach richtig, richtig toll, wie die das gemacht haben. Also Respekt an Mark Webb, ähm, der hat das nämlich produziert, also beziehungsweise Regie geführt, und, ja, das finde ich richtig cool. Und ja, Leute, wenn, ähm, ihr auch ins Kino gehen wollt, oder wenn ihr den Film gesehen habt, dann schreibt doch mal in den Kommentare, wie er euch gefallen hat, aber wie gesagt, in den Kommentaren bitte nicht spoilern, sonst werden die entfernt. Ähm, ja, und mittlerweile war ich jetzt, ähm, heute ist Montag, heute ist Ostermontag, ähm, Samstag, ja, Leute, da war ich auch wieder im Kino, und ich hab wieder einen Film in 3D angeguckt, was das für ein Film ist. Soll ich es euch verraten? Ich weiß nicht. Nein? Es bleibt gehalten. Es bleibt gehalten. Vielleicht, wenn wir 10 Likes knacken, dann sag ich es euch im nächsten Video, oder, oder in die Kommentare. Ja, das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Das ist ein Deal. Und ja, Leute, ähm, wie gesagt, ich bin begeistert von Filmen, ich würde ihn mir immer wieder angucken, und ich kaufe ihn mir sicherlich auch auf DVD, obwohl ich das bei Filmen nicht oft tue, weil ich mir denke, so, ich gucke ihn einmal an, hm, langweilig. Aber ich glaube, diesen Film könnte ich zigmal angucken. Und ja, ich sehe schon ein bisschen fertig aus, ich muss mich da noch herrichten. Wir fahren nämlich morgen wieder nach Hause, und dann nehme ich hier mein geliebtes Mikrofon mit. Genauso wie die Xbox. Und, ähm, ja, aber das ist egal. Und ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr, wenn ich einen Daumen nach oben freuen, ähm, über konstruktive Kritik zu dem Format, beziehungsweise nette Kommentare, und wie ihr den Film selber so fandet, könnt ihr auch gerne in die Kommentare posten. Und ja, ich würde sagen, das war's, und ciao. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.